Mit OBSAT möchte die ESOG neue operationelle Verfahren, wie Raummissionen abgewickelt werden können, unter realistischen Bedingungen testen und validieren. Daneben ist OBSAT ein kleines fliegendes Hardware- und Softwarelaboratorium. Wir haben verschiedene Experimente an Bord. Das Kernstück ist ein von uns entwickelter, sehr leistungsfähiger Prozessor. Damit werden auch die einzelnen Experimente kontrolliert und gesteuert. Dann haben wir eine Kamera an Bord. Einige der Experimentatoren möchten Fernerkundungsexperimente durchführen, also beispielsweise Aufnahmen machen von der Erde und dann die Bildverarbeitung an Bord des Satelliten machen, um zum Beispiel Veränderungen zu detektieren. Das ist eine Variante. Dann haben wir einen programmierbaren Funkempfänger an Bord. Das ist auch ein Experiment der TU Graz. Mit diesem Funkempfänger wollen wir zum Beispiel Störungen in bestimmten Frequenzbereichen, die von der Erde kommen, detektieren und schauen, wo sie herkommen. Ein spannendes Experiment ist ein optisches Datenübertragungsexperiment. Mit der Laserstation am Observatorium Lustbühl werden Daten per Licht übertragen, und zwar ein kryptografischer Schlüssel. Dieser wird dann verwendet, um den Funkkanal, der Daten mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde zum Boden senden kann, zu verschlüsseln und beim nächsten Überflug über Graz kommt der nächste Schlüssel. Es ist ein Experiment zur Datensicherheit. Und dann gibt es noch ein Lageregelungssystem, das programmierbar ist. Es gibt Experimentatoren, die eigene Lageregelungsexperimente und Algorithmen ausprobieren wollen. Eine Besonderheit dieses Satelliten, so kleiner ist, er verhält sich so wie jeder andere ESA-Satellit. Er hat sogar die höchste Datenübertragungsrate für die Telemetrie von allen ESA-Satelliten bisher. Üblich ist 64 Kilobit, er macht 256 Kilobit hinauf und 1 Megabit herunter. Wir können auch komplette Softwareprogramme im Flug hinaufladen und ändern. Normalerweise macht man das nicht, wenn die Software einmal getestet ist, dann rührt man nichts mehr an. Aber hier soll gerade für zukünftige Missionen ausprobiert werden, wie kann man zuverlässig und sicher Flugsoftware im Flug ändern. Wir haben 2013 den ersten österreichischen Satelliten, den TOG SAT.1 Breit Austria, gestartet. Er war für eine Lebensdauer von zwei Jahren ausgelegt. Nach mehr als sechs Jahren liefert er immer noch hervorragende wissenschaftliche Daten. Und sehr spannend ist natürlich der Start. Aber eigentlich der spannendste Moment ist, wenn er sich beim Erstkontakt das erste Mal meldet. Das sieht man dann auch am Spektrumanalysator, dass das Funksignal da ist. Das ist ein herrlicher Moment, wenn man weiß, dass es funktioniert. Das ist ein herrlicher Moment.